Wir sind in Kaiserslautern und hier ist Ting Ni Gao. Hallo. Hallo. Sie sind einer hier der Chefin hier vom Gourmet-Tempel, richtig? Genau. Das Gourmet-Tempel hat neu aufgemacht hier in Kaiserslautern. Wie lange sind Sie auch schon? Ungefähr fünf Monate. Fünf Monate? Genau. Es ist schon sehr, sehr, sehr viel los, aber es ist ein ganz besonderes Konzept. Im Prinzip zahle ich einmal, richtig? Auch gar nicht so viel und ich kann im Prinzip essen, solange ich will. Ehrlich? Ja. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir gehen mal rein. Ja, klar. Okay. Parkplätze gibt es ja auch viele hier. Ja. Also da hinten haben wir noch. Also praktisch hinter und außen auch welche. Das hier ist der Eingang? Genau. Hauptgang. Wie ist das? Ich gehe jetzt hier rein, ich melde mich hier an oder wie funktioniert das? Genau. Sie melden hier an und wir bringen die Gäste auf den Tisch. Ja. Und dann kommen die Serviceleute auf den Tisch, wegen Getränke und was sie essen möchten. Es ist sehr, sehr groß. Wie viele Plätze haben Sie? 400 Plätze. 400? Genau. Wow. Und ich kann mir meinen Platz frei aussuchen? Ich kann sagen, ich will drinnen sitzen oder draußen oder zeigen Sie den Platz? Ja, aber Wochenende ist schlecht. Wochenende muss man am besten reservieren? Genau. Muss man. Anrufen am besten, oder? Ja, muss man unbedingt. Okay. Und der Raum hier, der ist ein bisschen abgetrennt? Genau, ja. Wie viele Leute müssen hier sitzen? Ab acht? Ab acht? Sechs? Ja, unter die Woche sechs, aber sonst kann man ja nur Wochenende. Manchmal passt die Runde dich auch neun bis zehn Besorgen. Ah, super. Es gibt abends auch Grill, richtig? Genau. Mittags ist es im Prinzip das, was wir gleich sehen. Wir sind mittags hier. Genau. Aber Grill heißt, man kriegt, man sucht sich Fleisch aus. Das wird dann frisch zubereitet gegrillt, richtig? Ja. Oder Gemüse. Was haben wir hier? Diese getratene Nudeln, Reisnudeln, Reis, Champignons, Kartoffeln. Das sieht ganz lecker aus. Danke. Ehrlich? Macht Ihnen das Spaß hier? Ja? Ja. Das ist der Grill. Der ist jetzt zum Mittags, ja? Abends ist er auf. Ja. Und dann suche ich mir Fleisch aus, gibt das hier ab mit der Nummer. Genau. Genau. Und Sie grillen das dann? Da ist es im Moment. Aber? Niemand. Was auf ist, ist das Sushi. Das ist auch mittags auf, richtig? Ja. Er macht gerade frisch Sushi hier. Genau, ja. Ist das wichtig frisch, alles frisch? Ja? Ja, wir machen alles frische Sachen. Ich zeige das mal hier. Kann man zugucken. Sehr schön. Gehen wir kurz hier rum. Hier ist im Prinzip die Getränkebar. Genau, ja. Was haben wir denn hier drin? Das dürfen wir da mal reingucken? Ja, dampfbrot. Wow. So, verschiedene. Das sieht ja lecker aus. Ja. Kakao und... Ich habe jetzt schon Hunger, wenn ich ehrlich bin. Können Sie später was essen? Ich komme gleich noch zurück. Ja, okay. Sehr schön. Und hier ist aber auch Sushi. Ja. Das wird laufend immer wieder aufgefüllt. Genau, natürlich. Aber es ist immer viel los, gell? Ja. Mittags ist aber kein Problem. Da brauche ich nicht reservieren, oder? Ja. Aber woche, Ende und Abend muss man reservieren. Am besten vorher anrufen. Genau, ja. Die Preise, das ist nicht sehr teuer, oder? Das kostet, glaube ich, mittags... Mittags 8,90 Euro pro Person. Also pro Erwachsenen. Okay. Und abends? Abends 15,90 Euro. Wochenende kosten 16,90 Euro abends. Okay. Aber Kinder sind viel billiger, oder? Genau. Also ungefähr so Hälftepreis. Okay. Kindes bis 11 oder? Bis 11. Bis 11 Jahre. Ja. Okay. Und die ganz kleinen sind die umsonst? Oh, unter drei Jahre kostenlos. Kosten nur? Unter drei Jahren? Ja. Als wenn ich ganz kleine Kinder habe, die können so mitkommen. Ja. Super. Da gibt es auch die Glückskekse. Die Bekannten. Und das Aller, Allerwichtigste, das ist natürlich die Glückskatze. Ja. Wozu ist diese Katze? Was hat die für eine eigene Art? Glücksbringer. Also... Ist das so? Sie sind selbst sind auch aus China, richtig? Ja. Na, wo kommen Sie her? Buzi. Echt, aus der Nähe von Shanghai? Ja, genau. Super. Also wenn Sie sich mal richtig toll essen wollen, ja, kommen Sie hier nach Kaiserslautern, in die Mainzer Straße, richtig? 28. Genau. Kommen Sie in den Gourmet-Tempel, da werden Sie sie auch finden. Ja. Sinigau. Genau, Sinigau. Sinigau. Und wenn Sie mir noch die Öffnungszeiten noch mal ganz genau sagen. Also Öffnungszeiten, also von 11.30 Uhr bis 15.00 Uhr, Abend 17.30 Uhr bis 23.30 Uhr. Und Sonnen- und Feiertagen sind durchgehend geöffnet, also von 11.30 Uhr bis 23.30 Uhr. Genau. Das haben Sie ganz toll gemacht. Ich bin richtig stolz auf Sie. Haben Sie vielen, vielen Dank. Danke. Und kommen Sie alle hin. Danke fürs Interview. Okay, danke.